für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Natürlich hat die gruppennützige Forschung an nicht mehr einwilligungsfähigen Erwachsenen eine ethische Dimension. Und deshalb ist das Verfahren, das wir gewählt haben, hier offen zu diskutieren über die Fraktionsgrenzen hinweg, am Schluss Beschlüsse zu fassen, ein richtiges Verfahren. Ich möchte aber einleitend darauf hinweisen, dass sich das Thema nicht eignet für Skandalisierungen, so wie wir das auch erlebt haben im Rahmen der Debatte. Es ist deshalb nicht geeignet, weil wir das, was Ärzte in der NS-Diktatur gemacht haben, damit bagatellisieren würden. Es ist nicht geeignet, weil ich jedenfalls ein großes Vertrauen habe, in die Forschung der Ärzteschaft. Und es ist auch nicht geeignet deshalb, weil wir hier nichts anderes tun, meine Damen und Herren, als eine Verordnung, die uns europäisch vorgegeben ist, weiter zu präzisieren und zu verschärfen. Also geltendes Recht, nämlich europäisches Recht, das die gruppennützige Forschung an nicht mehr einwilligungsfähigen Erwachsenen unter bestimmten, ganz engen Auflagen tatsächlich ermöglicht. Nun, worum geht es im Detail? Es geht um gruppennützige Studien. Da ist die spannende Frage, was heißt Gruppennutzen? Eigennutz kennt in diesem Land jeder. Gruppennützig heißt, dass zwar nicht jeder Teilnehmer einen individuellen Nutzen davon hat, aber dass der Nutzen für Patienten mit der gleichen Krankheit wie der Studienteilnehmer haben kann. Davon zu unterscheiden, meine Damen und Herren, sind fremdnützige klinische Studien, bei denen nur Gesunde oder Patienten mit einem anderen Krankheitszustand einen Nutzen haben können. Und um das ganz klar hier an der Stelle festzuhalten, nicht einwilligungsfähige dürfen in Deutschland nicht an fremdnützigen Studien teilnehmen. Und das soll auch in Zukunft so bleiben. Und natürlich steht auch fest, dass niemand dazu gezwungen wird. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit zum Ausstieg besteht, auch dann, wenn der nicht mehr Einwilligungsfähige nur seinen Unwillen an der Stelle zeigt. Auch das halten wir für ganz wichtig. Wo liegt nun der Streitpunkt? Der Streitpunkt geht um die Frage, kann jemand das für sich zu einem Zeitpunkt, wo er noch einwilligungsfähig ist, kann der das in Voraussicht für die Zukunft selbst für sich entscheiden? Und ich sage da, ja, das kann er unter engen Voraussetzungen, die seinem Schutz dienen. Ein gutes anderes Beispiel ist aus meiner Sicht die Patientenverfügung. Da haben wir eine ganz, ganz ähnliche Problematik. Ich entscheide für mich heute, wo ich noch gesund bin, was passiert, wenn mein Leben dem Ende zugeht, wenn es um die Frage geht, lebenserhaltende Maßnahmen. Nun wird jeder verstehen, dass das jedenfalls eine andere, eine größere, weitere Tragweite hat, als heute zu entscheiden, dass ich minimalinvasiv, minimalinvasiv, nur darum geht es, mich an Studien beteiligen möchte. Und weil die Patientenverfügung tatsächlich Realität ist in Deutschland, Gott sei Dank, weil sie vielen Menschen dann auch hilft, bin ich der Auffassung, dass wir auch die Möglichkeit schaffen sollen, dass jemand für sich entscheidet, ich möchte für andere etwas tun. Darum geht es nämlich. Darum im Rahmen eines Selbstbestimmungsrechts zu sagen, ich möchte für andere etwas tun im Rahmen der gruppennützigen Studie, vielleicht, weil ich Erfahrungen habe, beispielsweise im familiären Umfeld, weil ich erlebt habe, wie es meinem Großvater ging, wie es meinem Vater ging und weil ich selber einer Risikogruppe angehöre, mir der Arzt gesagt hat, das kann dir auch blühen. Und dann ist es doch ganz naheliegend, dass so jemand für sich entscheidet, jawohl, dann möchte ich immerhin in dem Stadium, wo ich nicht mehr einwilligungsfähig bin, wo man tatsächlich an dieser Krankheit, die dann fortgeschritten ist, forschen kann, etwas dafür tun, dass wenn man schon nicht mehr mir hilft, dass man dann doch wenigstens anderen hilft. Und ich sage Ihnen auch, das hilft, wenn man das so regelt, hilft es auch zu vermeiden, dass man einen Eigennutz vortäuscht, forscherseitig und über den diskutieren muss, sondern dass man offensiv sagen kann, die Wahrscheinlichkeit, dass es dem Patienten hilft, ist überschaubar. Aber gruppennützig ist es auf jeden Fall. Und, meine Damen und Herren, gruppennützig heißt natürlich altruistisch, ich tue etwas für andere. Und, meine Damen und Herren, das sage ich jetzt an diejenigen, die aus einem, wie ich auch, aus einem christlichen Blickwinkel argumentieren. Nächstenliebe ist ein tragendes Prinzip des Christentums. Und dann soll mir jemand sagen, Eigennutz, das geht von Christen. Aber einem anderen zu helfen, das kommt nicht in Frage, das ist nicht zulässig, das soll der Staat verbieten. Das ist doch der falsche Ansatz. Wenn man das dann auch noch als christlich beschreibt, dann, glaube ich, sollte man da noch mal ernsthaft in sich gehen und genau darüber nachdenken. Also, meine Damen und Herren, wir diskutieren hier über die Schutzrechte der Prüfungsteilnehmer. Ich habe offenbar einen Punkt getroffen, stelle ich fest. Wir diskutieren hier eigentlich über die Schutzrechte der Prüfungsteilnehmer. Da geht es zunächst mal um die verpflichtende Aufklärung, die aus unserer Sicht, das unterscheidet, unseren Antrag von dem beispielsweise der Kollegin Mattheis, wo wir klar sagen, eine Aufklärung durch den Arzt muss sein. Die muss sein, um den Patienten zu schützen. Die muss aber auch sein, um das, was er vorhat, nämlich später dem zu helfen, wirklich auch auf eine Grundlage zu stellen, wo man dann nicht später in Frage stellen kann. Hat er überhaupt damals gewusst, als er sich entschieden hat, um was es geht. Also, es macht Sinn, sich beraten zu lassen. Es sorgt dafür, dass am Ende man tatsächlich auch die Option hat, dass man helfen kann, wenn man es denn tun will. Und deshalb sind wir für eine verpflichtende ärztliche Beratung an der Stelle. Ich habe darauf hingewiesen, dass man den Probanden aufklären muss, über wesentliche Umstände, Wesen, Ziele, Nutzen, Folgen, Risiken, nachteiliger klinischer Prüfung. Die Erklärung kann jederzeit, das habe ich einleitend schon gesagt, formlos widerrufen werden. Eine Unwilligkeitsäußerung muss ausreichen. Auch das halte ich für ganz, ganz wichtig. Wenn die Thematik dann konkret wird, wenn der Proband nicht mehr einwilligungsfähig ist, wenn es dann so weit ist, dass man mit dieser klinischen Studie beginnen will, dann ist auch der Betreuer gefragt. Der muss nach wieder ärztlicher Aufklärung tatsächlich einwilligen. Das ist auch ganz entscheidend. Und meine Damen und Herren, es muss einen direkten Zusammenhang der klinischen Prüfung mit den lebensbedrohlichen oder zur individuellen Invalidität führenden klinischen Zustand bestehen. Also es darf nicht irgendwas sein, was man testet soll. Es muss ein Zusammenhang zum Krankheitsbild sein. Es muss einen Gruppennutzen geben. Und es darf nur um ein minimales Risiko, einen minimalen Eingriff gehen. Es hat gestern jemand behauptet, das ging bis hin zur Fixierung des Patienten. Das widerspricht sich komplett. Das ist undenkbar. Weil man erstens, wenn man fixiert ist, nicht seinen Unwillen zeigen kann, beziehungsweise die Unwilligkeit wohl schon über das Fixieren zeigen wird. Und zweitens, weil es nur um eine minimale Belastung, einen minimalen Eingriff, Speichelprobe, Blutentnahme gehen muss. Das halte ich für ganz entscheidend. Und insbesondere ist mir wichtig die Rolle der Ethikkommission. Diese Ethikkommission muss bei jeder einzelnen beantragten klinischen Prüfung kontrollieren, ob die Vorgaben, ob die Auflagen erfüllt sind. Und es wird, meine Damen und Herren, sogar doppelt geprüft von der zuständigen Bundesoberbehörde und der zuständigen Ethikkommission. Doppelte Prüfung, das ist gut und das ist richtig so. Und ganz wesentlich, ganz wesentlich ist, es darf keine finanziellen oder anderen Anreize geben. Auch entscheiden. Wir wollen da nichts kommerzialisieren. Ganz im Gegenteil. Ich will auch darauf hinweisen, dass eine gruppennützige Forschung mit Menschen, die bereits als Kind einwilligungsfähig waren, weiterhin verboten bleibt. Also es geht auch nicht um Minderjährige an der Stelle. Und ich glaube, dass das, meine Damen und Herren, was wir hier in einem Bundesgesetz präzisieren wollen, was auf europäischen Vorgaben fußt, eine Frage der Selbstbestimmung ist, die in Grenzen natürlich gelten muss, das aber auch ein Beitrag dazu sein kann, schwierige Krankheitsverläufe wie beispielsweise Alzheimer in Zukunft sinnvoll zu erforschen. Das wollen wir ermöglichen, sonst nichts. Und der Schutz steht für uns an oberster Stelle. Und dieser Schutz ist, meine Damen und Herren, eben auch durch ärztliche Aufklärung zu gewährleisten. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Dr. Nüßlein. Nächste Rednerin, Katrin Voh.